Hallo und herzlich willkommen bei amgmtd und einer weiteren Runde GTA Online Custom Apps Wieder mit dabei habe ich den Schafflers! Und der Replicestalt ist auch dabei! Hey! Ja was jetzt nichts redet, okay? Ich habe hey gesagt, du Lacken! Also ich habe dich nicht gehört, Patrick. Hört doch mal auf mich alle immer zu drehen! Wo fährst denn du hin? Ja, ich bin der erste, endlich mal wieder. Ja, ja Patrick! Scheiße! Oh Gott! Alter was? Ja, ja Patrick! Ja, ja! Nein! 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 Was macht der? Ja! Das ist einfach der größte Lacker dieser Welt! Das ist unfassbar! Wenn man ihm Duden nachschlägt, ist unter Lack erstmal das Bild vom Tommy! Oh, der Floh, Alter! Unfassbar, ey! Wow! Nein! 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 Wuhu! Echt! Slickskurve habe ich gesagt! Was für'n Lack er wirklich hat! Wuhu! Ich fühl mich immer zurück in die Zukunft! Wer fährt denn gegen den Baum? Wer fährt denn gegen den Baum? LOL! Ich bin der Dritter! Warum bin ich Zweiter? Wenn ich in der Luft habe, ich wusste, dass er den Scheiß wieder drückt! Weil der Flo runtergesprungen ist! Floh, du weißt doch, dass man sowas nicht machen muss! Oh Gott! Oh Gott! Könntest du aufhören, den Boost so zu zünden, dass du grad direkt vor mir ist? Oh Scheiße! Oh Gott! Ja, ich hab den Punkt zum Glück noch bekommen! Puh! Hey Markus! Hallo! Komm! Aber das war ja eigentlich schon wieder schon... Ich tu dich nicht trollen oder vertrollst du mich? Ja genau, klar! Ja genau! Du trost mich doch die ganze Zeit! Na ja, passt, passt, passt! Ich tu dich! Ja gut, passt, schon gut! Du willst, du willst nicht! Ja auch dir kein Mensch! Oh Gott, was ist das für eine Exerciere, oder? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gefällt dir das? Cool! So muss es sich anfühlen, wenn man High ist! Du, du müsstest mal durch, wenn du High bist! Ich glaub, dann kriegst du das Kotzen! Nein! Was machst denn du, Tommy? Bist du nervös, oder was ist dein Problem? Ich hab mich so ein bisschen verwarnt! Ist Tommy wieder besoffen? Ja! Ja! Geh mal weg da, du! Wingschatzgeier! Du weißt schon, ne? Alkohol am Steuern und so! Da schau, ich kann wenigstens schön überholen im Gegenteil! Was? Geh weg von mir! Ich schau ihn dir an! Dreh ihn um! 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 Der dreht doch nicht gleich um wieder! Oh! Ich drehe gar nichts! Ja! Oh! 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 Das war knapp! Da war grad ein schwarzes Loch! Ich hab gedacht... Hä? Ich hab gar nichts gemacht! Doch! Du hast den Speed eingesetzt! Nein! Ich hab ihn wirklich nicht eingesetzt! Alter! Das war... Immer das gleiche mit euch! Immer das gleiche mit euch! Oh Gott! Oh nein! Alter! Das geschieht... Oh Flo, du bist doch ein Arschloch! Sondergleich ne! Das geht grad ab, Alter! Es ist doch immer die gleiche Kacke hier! Ich a... Der Zwani... Der Zwani ist unterwegs! Hashtag 20er! Was? Alle Hashtag 20er in die Kommentare! Der 20 mal Hashtag 20 geschrieben wurde, krieg 20 Euro! So viel Geld hat der Tommi nicht! Ich schreib das eine Million Mal rein! Da guck ich mal aus, was war jetzt sogar seine Videos für an! Wobei, ich muss nur nach einer Sekunde Pause drücken! Alles mal! Das ist unfassbar, ey! Ich arbeite mich gerade wieder ran! Nach Ewigkeiten! Jawoll! Und... Yes! Das ist nicht dein Ernst! Oh, du Spastel! Jawoll! Und da ist das Team! Easy! Easy! Er sagt, man kennt ihn! Alter! Ich hab so keinen Bock mehr auf diesen Tommi-Lappen, ne? Alter! Man kennt ihn einfach! Okay, Gott! Ist wahnsinnig gewohnt! Scheiße mit Reißer! Was wandelt sich durch? Alter, was macht der da für ein War-Rad? Unfassbar, ey! Hallo! Da war ich gerade wieder an dieser Scheiß-Gruppe dran! Und da kommt der Flo und schießt mich aus der Röhre! Scheiße! Ja, das war's mir wert! Das ist doch... Das ist doch richtig so! Ach, komm! Ich mach in Zukunft den Tommi... Ich mute den einfach! Vielleicht geht's mir dann einfach auch besser! Nein, das wird's nicht! Was macht er denn? Er fattet alles rein! Ja, gut vorne, dann will ich sagen, war's das wieder mal mit dieser wunderbaren Folge! War auf jeden Fall richtig troll-lastig! Ja, ein Abo und ein Like könnt ihr uns gerne da lassen! Das würde uns total freuen! Bei Schaffluss und Playgestalt könnt ihr auch vorbeischauen! Wir sind unten in der Infobox verlinkt! Und bei der Social Media Plattform könnt ihr natürlich auch vorbeigucken! Und wir sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder! Haut rein! Bleibt flauschig! Feuer Game tätig! Ade! Ciao, ciao! Ciao, ciao!